Ich mache jetzt hier mal die Aufgabe E, da geht es darum, ob der höchste Punkt von dieser Fontäne, und die wird durch diese Parabel beschrieben, höher ist als der höchste Punkt von der Kugel. Ich habe den Punkt M gegeben, M ist 004 und der Punkt S da unten ist 001. Das ganze Ding, das ist ganz brav, das steht senkrecht da. Also Höhe ist immer die dritte Koordinate. Würde jetzt irgendeine Pyramide, das wäre denkbar, irgendeine Pyramide irgendwie im Koordinatensystem so schief da liegen, hier ist das Koordinatensystem so schief, dann ist das mit der Höhe immer so eine Frage. Da muss man immer entlang irgendwelcher normalen Wektor laufen, aber in dem Fall ist Höhe einfach wirklich, so ganz brav, die Koordinate da hinten. Also S hat die Höhe 1 und M hat die Höhe 4. Und der Punkt da oben, der hat offensichtlich die Höhe 4 plus Wurzel aus 6, weil wir wissen, von da der Radius ist Wurzel aus 6. So, und jetzt brauchen wir noch die Höhe von der Parabel, also da habe ich jetzt den Punkt L. Also mich interessiert eben, das habe ich jetzt hier erklärt, nur die letzte Koordinate. Die letzte Koordinate, die Höhe ist hier 6,5 minus 5 mal t minus 0,2 Quadrat. So. Das ist quasi mein h von t. Und das sollte man sehen, dass es eine Parabel ist. Ich schreibe es mal anders hin. Das ist eine Parabel, die ist schon in Scheitelform gegeben. Minus 5 mal t minus 0,2 Quadrat plus 6,5. Der Scheitel ist bei 0,26,5. Also die Höhe steht da, ich muss nicht ableiten. Sonst riecht es nach Ableiten, Scheitel finden. Könnte auch sein. In dem Fall einfach ablesen. Also 6,5 ist die Höhe von dem Teil. Wenn ich das hier ausrechne, ist es ganz knapp unter 6,5. 6,449. 6 ist gleich 6,449. Der Physiker wird sagen, kann man nicht sagen, gleich hoch. Der Mathematiker sagt, nein, das eine ist höher. Also hat der Wasser gewonnen, Wasser ist höher. Das war's.